Deutschland hat das WM-Auftaktspiel gegen Japan mit 2 zu 1 verloren, was sich jetzt erstmal ziemlich schlecht anhört, ist es natürlich auch von der Punkteausbeute, klar ein Unentschieden oder ein Sieg wäre natürlich besser gewesen, aber rein spielerisch hatte das Ganze dann doch mehr Licht als Schatten und darauf möchte ich in der heutigen Taktikanalyse mal kurz drauf blicken. Wir beginnen zunächst einmal nur mit der ersten Halbzeit, denn die war von Deutschland wirklich sehr gut. Die Systeme von beiden Mannschaften waren zu Beginn ein 4-2-3-1, auch wenn es sich ein bisschen unterschieden hat mit oder ohne Ball und im Spielaufbau gab es wirklich viele verschiedene Varianten von Deutschland. Man hatte einen klassischen 4-1-Aufbau, also die Viererkette und dann Kimmich als Sechser davor. Man hatte auch einen 4-1-Aufbau in einer anderen Besetzung, nämlich Raum schiebt dann nach vorne, erlaubt es dann Musiala weiter nach innen zu ziehen. Schlotterbeck geht nach außen als Linksverteidiger und dann war es oft Gündogan, der hier reingerückt ist, es war auch mal Kimmich, aber zumeist halt Gündogan und dann hatte man hier einen 4-1-Aufbau in anderer Besetzung. Dann gab es natürlich auch den klassischen 2-4-Aufbau, also die zwei Innenverteidiger und davor halt die Doppel-6 und die beiden Außenverteidiger auf einer Höhe. Aber dann gab es eben halt auch noch Aufbauformen in einer Dreierkette, bedeutet Süle rückt eins nach hinten, Raum schiebt nach vorne, gibt den Flügelspieler wie Gnabry auf der anderen Seite und dann hat man hier quasi so ein 3-2-4-1-System, während Havertz hier der Stürmer ist. Und was es noch gab, Rüdiger, der hier als einzig Star ganz hinten ist, dann hat man Kimmich oder Gündogan, einen davon halt immer, der dann hier zentral davor ist, der jeweils andere schiebt dann nach vorne und geht davor und die Innenverteidiger, die äußeren, rücken dann ein und dann hat man hier quasi so ein 1-3-1 im Aufbau und davor dann halt die Offensivspieler. Die Japaner hingegen haben mit einem mittelhohen Pressing zu Beginn gespielt. Man hat sich jetzt nicht ganz hinten reingestellt, aber man stand halt ja so mittendrin, sodass man, falls es Fehler gibt, zum Beispiel ein Schlotterbeck ist ja anfällig, dass man die halt ausnutzen kann, aber man hat jetzt nicht extrem draufgeschoben und dadurch, dass Deutschland halt so viele verschiedene Varianten hatte, wusste Japan dann halt eben nicht genau, wie sie anlaufen sollen, weil es halt auch Deutschland bei jedem Aufbau wieder neu gemacht hat und dementsprechend hatte man da einen guten Erfolg. Dementsprechend konnte man sich in der ersten Halbzeit gut hinten rausspielen, hat das Pressing von Japan überspielt, die sich dann halt eben tief hinten reinfallen lassen haben. Deutschland hat sich dann so formiert, dass man hinten drei hatte, hier zwei im Mittelfeld und dann vorne die restlichen fünf, beziehungsweise Raum und Knabry auf außen und Havertz halt zentral und Musiala und Müller hier in den Halbräumen, die sich dann halt immer mal wieder fallen lassen haben, um hier den Ball abzuholen. So war es dann so, dass Deutschland wirklich dominant war mit viel Ballbesitz, den Ball hier hin und her geschoben hat, hinten drin, aber jetzt kein wirkliches Risiko gegangen ist und somit halt auch keine wirklichen Chancen hatte, in den ersten 25 Minuten. Muss man auch sagen, Japan hat es hier verteidigt in einem 4-4-1-1, was halt relativ kompakt ist und ab Minute 25 hat man es dann besser geschafft, sich Japan zurechtzulegen. Was dann halt eben passiert ist, war, dass man hier noch zentraler stand, somit war der Linksverteidiger zu Knabry gebunden, Yoshida zu Müller, Havertz zu Itakura, der Rechtsverteidiger zu Musiala und somit konnte man dann viel mehr Breite ins Spiel bringen. Man konnte den Ball hier laufen lassen und somit hatte man dann auf der linken Seite viel mehr Raum für Raum. Der konnte dann halt eben hier reinstoßen. Kimmich hat dann zum Beispiel vor dem Elfmeter den Chip auf ihn gespielt, weil hier halt eben alle vier Verteidiger schon gebunden waren, gab es den Raum für ihn. Er holte den Elfmeter raus und so entsteht das 1 zu 0. Das Problem für Japan war hier halt, man wollte ja die zwei Viererketten und Ito hätte dann halt seine Kette öfters mal verlassen müssen, hat es auch des Öfteren gemacht, aber hat es halt eben nicht immer gemacht und hätte halt dauernd bei Raum bleiben müssen und wenn er es nicht gemacht hat, konnte Kimmich oder sonst wer halt immer wieder Raum finden auf Außen und somit hat man die Breite des Spielfelds wirklich gut ausgenutzt. Da kam es dann also zu einer wirklich extremen Drangphase mit vielen zwingenden Chancen, woraus ja dann auch das Tor entstanden ist. Also ab Minute 35 so bis Minute 40 wurde dann Japan auch offensiver, hat sich das Öfteren selbst hinten rausgespielt. Das Ganze sah dann so aus. Das war dann auch ein 2-4 Aufbau. Außenverteidiger schieben auf, neben die zwei Sechser, beziehungsweise Tanaka war dann oftmals auch höher ein bisschen. Kamada ist dann so ein bisschen rechts und somit hatte man dann auch eine Art 4-3-3. Zunächst ist es Deutschland auch gut angelaufen, also die ganze erste Halbzeit über eigentlich hatte man ein solides Pressing, jetzt nicht über krass, aber es war auf jeden Fall, es hat seinen Zweck erfüllt. Und zwar ist Havertz dann immer auf den linken Innenverteidiger gelaufen, Musiala auf den rechten, ist der Ball raus auf den Rechtsverteidiger, ist Raum rausgeschoben, um Druck zu machen, ist der Ball raus zu dem Linksverteidiger, war es dann halt eben Gnabry und hat man Endo als Sechser angespielt, ist Kimmich vorgeschoben oder falls jetzt der andere dann war und Kimmich schon bei Endo war, falls Tanaka angespielt wurde, dann ist halt eben Kimmich draufgeschoben. Also das hat auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Und wenn sich Japan dann mal hinten rausgespielt hat und Deutschland mal defensiv stehen musste, was jetzt wirklich nicht oft der Fall war, dann hat es sich so formiert, Musiala und Gnabry rücken neben die zwei Sechser. Müller war leicht davor, hat sich vielleicht auch mal reinfallen lassen und davor halt Havertz. Und ja, so hatte Japan dann eine kleine Chance noch in der ersten Halbzeit, aber ansonsten war es dann ab der 40. Minute auch so, dass Deutschland weiter gute Spielzüge hatte, jetzt nicht ganz zwingend wurde, aber dann bis zum Halbzeitpfiff doch noch eine kleinere Drangphase hatte, wo dann das 2-0 auch durchaus hätte fallen können, wenn nicht sogar müssen. Und dann war eben eine Halbzeit. Deutschland hatte in der ersten Halbzeit einen Ballbesitz von 81% und bei den Expected Goals stand es 1,65 zu 0,11. Also es war dann schon eine deutliche Angelegenheit. Zum Vergleich, in der zweiten Hälfte sind es dann nur noch 66% Ballbesitz. Klar, immer noch dominant, aber nicht mehr so viel. Und die Expected Goals, die sich Deutschland in der zweiten Halbzeit erspielt hat, lagen bei 1,43 und bei Japan ziemlich ähnlich bei 1,35. Schauen wir uns nun also an, wie es dazu kam, denn der japanische Trainer hat zur Halbzeit gewechselt. Er hat Kubo vom linken Flügel hier rausgenommen. Für ihn kam dann Tomiyasu, flexibler Spieler von Arsenal, kann IV spielen, aber auch rechts- oder linksverteidiger. Er ist dann auf jeden Fall erstmal in die Abwehrkette gerückt. Somit hatte man dann hinten eine Dreier- bzw. Fünferkette mit den beiden Außenverteidigern. Und das Ganze hat sich so formiert, Maeda weiter in den Stürmer, Kamada war dann halt links der Zehner und Ito rechts der Flügel- bzw. Zehner in dem 3-4-3-System. Ja, Japan stand dann erstmal weiter ein bisschen hinten drin. Deutschland hat sich jetzt nicht wirklich viel erspielt, wenn dann meist über die individuelle Qualität, zum Beispiel das geniale Dribbling von Musiala, wo er dann halt drüber schießt, aber jetzt keine Riesenchancen, der Gündogan, des Tanchos noch, der an den Außenpfosten geht. Also Japan hat gezielt defensiver umgestellt, auf eine Fünferkette, um da jetzt nicht gleich noch ein Gegentor zu bekommen, weil es sich ja schon abgezeichnet hatte, bevor dann zur Halbzeitpause gepfiffen wurde. Also das Ganze ist dann dementsprechend gut gegangen. Es gab generell schon den ein oder anderen Angriff von Japan, vor allem durch Umschaltsituationen. Es gab auch des Öfteren mal 3 gegen 3 Situationen gegen die deutsche Dreierkette hinten, also solange Raum halt noch nicht hinten war. und ja, hätte man das da ein bisschen besser ausgespielt, hätte man auch schon früher zu Chancen kommen können, hat es aber nicht getan. Zum einen bringt der Trainer dann in der 57. Minute für Maeda Asano als Mittelstürmer, um dessen Tempo halt zu nutzen, um hinter die deutsche Abwehr zu kommen, beziehungsweise generell halt zu kontern. Und er bringt Mitoma, einen Flügelspieler für Nagatomo, stellt also wieder um auf die Viererkette. Das heißt, defensiv ist es gelungen und jetzt muss man halt langsam aufmachen, um halt wieder zu Torchancen zu kommen. Man lag ja schließlich 1-0 hinten. Und zwar war dann Mitoma linker Flügel, Ito wieder rechter Flügel, Kamada 10er hinter Asano. Das Mittelfeld bleibt gleich. Und dann hatte man wieder die Viererkette. Sakai war Rechtsverteidiger wieder. Tomiyasu ist jetzt Linksverteidiger. Wie gesagt, sehr flexibel, beidfüßig, deswegen kann der gut links hinten auch spielen. Und so hatte man dann halt wieder eine Viererkette. Das Ganze war dann aber nur bedingt eine gute Systemumstellung, denn genau in der Phase, kurz nachdem man umgestellt hatte, zurück auf Viererkette, hatte Deutschland wirklich die größten Chancen in der zweiten Halbzeit und allen voran die Doppelchance von Gnabry. Muss ich nicht viel zu sagen, auch stark pariert vom Torhüter, aber da muss Deutschland dann halt einfach den Deckel drauf machen beziehungsweise die Führung zumindest erhöhen. Und das Ganze war dann auch mehr oder weniger so ein bisschen ein Knackpunkt im deutschen Spiel, denn ab dem Zeitpunkt, wo man die Riesenchancen vergeben hat, da war man dann ein bisschen zu übermutig und ja, man hat mehr oder weniger gedacht, sie führen so hoch, wie sie auch Chancen hatten, aber es war halt im Endeffekt nur eine 1-0-Führung. Man hat im Pressing nachgelassen, ist aber dennoch relativ hoch gestanden, was halt ja eine Konteranfälligkeit darstellt und falls die Japaner kamen, hat man halt auch viel zu passiv verteidigt dann in der Endphase des Spiels. Und zudem kam dann halt eben Hofmann rein für Müller und das ist auch ein Knackpunkt, Goretzka kam für Gündogan, fand ich eigentlich keinen schlechten Wechsel, muss ich ganz ehrlich sagen, aber mit der Herausnahme von Gündogan ging dann doch schon ein bisschen Spielkontrolle verloren und ja, das hat dann einfach nicht wirklich mehr gut funktioniert mit Goretzka, da war Gündogan auf jeden Fall besser aufgehoben. Hofmann hat dann übrigens auch mit Gnabry hier getauscht. Japan hat dann eben auch offensiv gewechselt, zunächst kam erst mal Doan für Tanaka rein, das hat dann bedeutet, dass gewechselt und nun hat man erneut die Viererkette umgestellt in eine Fünferkette würde ich jetzt nicht nennen, weil jetzt war es wirklich eine reine Dreierkette, Minamino kam rein für Sakai und dann hat sich das Ganze so formiert, dass Minamino hier rechts vorging, Ito war dann der rechte Ringback, Mitoma der linke Ringback, hier hatte man das Zweiermittelfeld, jetzt halt eben mit Kamada, Doan dann im rechten Halbraum, Minamino im linken und Asano als Spitze, also man hatte dann halt als Außenverteidiger wirklich gelernte Flügelspieler, die eigentlich keine Außenverteidiger sind und das hat dann doch schon deutlich gezeigt, dass man jetzt hier auf das Unentschieden gehen will und ja innerhalb von ein paar Sekunden fällt dann direkt das Tor, Mitoma war es über links, der vorne durch dribbelt, dann auf Minamino in die Tiefe spielt, der eben den Abschluss sucht, Neuer lässt klatschen und dann war es halt eben Doran der einschiebt, also wirklich geniale Wechsel, gute Offensive, die man da dann aufgeboten hat und das hat sich ausgezahlt. Generell hatte man dann halt viel mehr Offensivspieler, hat vorne auch richtig gut Druck gemacht, Deutschland ist wirklich gar nicht mehr zu Chancen gekommen, man bringt dann eben Füllkrug für Havertz und eben auch Götze für Musiala, was ich jetzt keine so gute, ja ich fand die Einwechslung macht Sinn, einen Kreativspieler mit Götze bringen, aber mit Musiala nimmt man halt auch ein unberechenbares Element aus dem Spiel raus, da hätte ich dann Erk Napri raus genommen, so war dann halt eben in dem Zeitraum Japan erst mal am Drücker und dann gab es halt eben den Freistoß hinten von Itakura den er lang schlägt Asano geht durch und macht dann halt eben das 2 zu 1 das Tor werde ich nochmal in einem extra Video näher analysieren weil da wirklich viele die alleinige Schuld Schlotterbeck geben aber da muss ich wirklich klar widersprechen aber mehr dazu dann in dem Video dementsprechend steht es dann halt eben 2 zu 1 für Japan Deutschland macht dann natürlich hinten auf schiebt nach vorne kommt dann auch noch zu einer oder anderen Chance auch weil Füllkrug es echt gut macht vorne drin der kann natürlich mit Flanken umgehen Goretzka kommt dann noch zu zwei Chancen weil da ist er wirklich ein gutes Element wenn man jetzt hinten liegt oder bei einem Unentschieden unbedingt das Tor machen muss dann ist er ein gutes Element aber er kam ja rein wo man noch geführt hat und da hat man halt so ein bisschen die Spielkontrolle hergegeben verpasst er es dann halt leider das Tor zu machen zu Füllkrug beziehungsweise der Stürmerposition muss ich sagen wir hatten ja davor Havertz drin und der war nicht wirklich in das Spiel eingebunden der war eigentlich auch nur da um Flanken zu erhalten oder wenn jetzt der Spieler aus dem Halbraum vorne angetribbelt ist war halt Havertz da zum den Ball abzulegen in einen Doppelpass oder zu einem anderen Spieler aber da würde ich sagen wenn der Stürmer so wenig eingebunden wird dann können wir gleich Füllkrug spielen lassen weil der bringt einfach die nötige Kopfballstärke mit die es dann eben für die Flanken braucht kam dann am Ende noch der dann noch was ausrichten konnte das also soweit meine Analyse zur Niederlage von Deutschland ich denke letztendlich kann man sagen es ist relativ unglücklich gelaufen Japan stellt das System um auf ganz viele Offensivspieler und macht dann direkt das Tor das heißt Flick hatte eigentlich gar keine Zeit darauf zu reagieren weil sie halt direkt das Tor gemacht haben und dann musste halt auch Deutschland wieder das Spiel machen um dann zum Siegtreffer zu gelangen letztendlich hat man es dann durch dumme Fehler hinten verloren ist auf jeden Fall ärgerlich aber ich denke man kann auf jeden Fall vor allem auf der ersten Halbzeit aufbauen aber auch auf einzelnen Spielzügen aus der zweiten Halbzeit denn oft war es ja so dass man sich schwer getan hat gegen tiefstehende Gegner sich Chancen raus zu spielen diesmal ich denke wenn man das jetzt so weiter durchzieht dann wird man die Chancen irgendwann machen und das Ganze gleicht sich aus und dementsprechend bin ich dann doch relativ zuversichtlich dass man es noch schaffen kann weiter zu kommen zum Spanien Spiel gibt es dann vielleicht noch eine Vorschau muss ich mal schauen wo ich das ganze taktisch mal anschaue wie Deutschland beziehungsweise Spanien spielen können und wie ein jeden Fall sehen wenn euch das Video gefallen hat lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal haut rein und ciao